Herzlich Willkommen zu deiner Let's Play ARK weiterhin hier mit Jan und wir müssen jetzt ganz schnell was ausprobieren weil wo ist der Dudu? Weil wenn es nicht funktioniert müssen wir die Folge noch mal abbrechen. Ja dann werdet ihr das hier niemals hören. Richtig dann werdet ihr dieses hier niemals hören. Ja da hängt er und in die Flammen tot. Und hier hast du wieder. Alles klar hat funktioniert. So ihr habt es doch gesehen. Scheiße. So weil heute ist der große Auftrag von mir. Laufen bauen. Ultra angucken hallo. Na Schnuckelhäschen. Hör mal hier voll die scheiße ausfliegen wie bei dir zuhause. So keine Kacke. Scheiße. Wir brauchen ein bisschen Kacke. Ey kack mal. Brauchst du Kacke? Ja hier für den Kompost taufen. Ey ich geb dir kein Kacke ey. Ne tu net Kacke Chris ey aber net von mir. Pack hier auch irgendwelche Sachen rein hier zack zack zack. Jetzt will ich mal überlegen. Ach bitte ja. Müssen wir die Sachen. Ja ich sollte vielleicht erst mal alles vorbereiten ne. Achso wir wollten jetzt immer. Wir wollten einen Raptor und sowas ne. Ne wir müssen ja jetzt erstmal einen Biber holen. einen Biber Butze man brauchen wir jetzt ja erstmal. Achja. Achja. Dann seh ich zu dass ich da so Dinge gebaut kriege und weißt du? Richtig. Und ich muss aber erstmal zu sehen dass wir jetzt hier so ein bisschen Narkotikum kriegen weil ich absolut nicht weiß wie viel der frisst. Ja wenn ich dann nachher da so einen Hohn erwische. Weil wir haben ganze zwei Narkotikum. Donnerwetter. Ich hab hier auch noch was. Warte. Ja schmeiß da in den in den in den Mischpot bitte. Guck. Ähm. Kann man einen Pfeil auch machen. Ja ich guck gerade ob wir hier noch in irgendeinem Vogel noch Narkotikum drin haben. Es ist immer so dunkel hier. Ich geh mir mega auf und sag. Ja ich sitz hier auch. Weißt du halt 19 Uhr. Da vorne am Strand noch alles schön hell. Richtig. Aber hier ist arschdunkel. Aber ich glaub das ist wegen dem Stein hier oder? In dem? Meinst du? Oder es liegt an diesem Stein hier. An dem. Ja kann auch sein. Pass auf. Jetzt wirds gleich hell. Gleich total überhellt. Boom. Pass auf. Gleich wirds hell. Oh Wasser. Oh hier auch Wasser trinken. Yummy yummy. Wir müssen zur Welt mal ein bisschen irgendwie anlassen oder? Damit die ganzen Bäume mal irgendwie wieder nachwachsen. Wir sollten eigentlich die nächsten Zeit mal kommen. Ich hab das letzte Mal schon ein bisschen laufen lassen. Alter. Hallo. Dann kommst du denn da oben. Alter. 87 Steine. What the fuck. Boah ist heller geworden. Guck. Nicht. So dann müssen wir echt so bisschen mit Elektronik da mal alles bisschen. Hier Leute oben. LOL. War ein Vogel der uns nicht gehörte oben auf unserem Haus hat gelandet. Oder ist gelandet. Jetzt fliegt er weg. Ja ich hab den auch kackt gesehen. Wut der fuck. Was macht der hier? Was macht der hier? Oh. Ich bin die Hütte voll schön hier oben. Oh hier ist der hat kackt da gelassen. Juuu. Kleines könnten schön. Oh ich hab ihn eingeschläfert lol. Ich hab einen Schuss abgegeben. Haben wir noch Fleisch? Ja klar haben wir schon Fleisch. Im Futterkrupp. Im Futterkrupp. Rucki zucki. Hui. So Leute. Da muss ich Narkotikumbeeren mir holen. Und dafür brüchte ich eigentlich den Klaus. Weil der Klaus kann nämlich auch Ruckelits. Klaus Klaus Klaus. Boah. Ich muss jetzt mal gucken alter. Wie wird der? Was mit T? Tri. Ah ok. Da guckt man nichts auf. Tri K? Ne. T R I C E A. Ah mit C. Tri Citratrotops Sattel. Hast du ihn gefunden? Ja. Und? Was braucht man dafür? Soll ich den lernen oder was? Ja klar. Äh. Da brauchen wir 80 Fasern, 25 Holz und 140 Leder. Haben wir. Können wir bauen. Dann guck mal hier das hier unser Typ hier gleich. Kann man jemand mal fressen hier? Wollt ihr viel zu lange ey. Mach ihn ey. Weil ich lege dir hier in deine Hauptwerkbank lege ich das Leder rein. Oh. Und eigentlich sollten wir das dann. Haben wir hier vielleicht schon einen Sattel? Ne. Weil dann kann ich nämlich mit dem losgehen und Narkotikum Bären erstmal holen alter. Weil das ist ja. Boah. Na gut gleich wird es erstmal hell Leute. Das ist ja auch. Ist das gleich irgendwann jetzt hier. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Unten. Ja. Der hat er aus der Luft abgeknallt. Hallo wie geht's dir? Ich hab halt gleich noch Narkotikum gebraucht. Der hat ja noch gar nichts gefressen. Deswegen. Ich müsste jetzt gleich mal irgendwie Gas machen. Sonst kacke ich den gleich auch nen Kopf hier. Ich hol mal ein Narkotikum. Welches Level hat der denn? Hier. Okay. Also du müsst eigentlich nur einen Stück gleich fertig sein. Alter will nicht fressen. Schon ziemlich hardcore gerade wenn ich ganz ehrlich bin. Oh jetzt hat er gefressen. Und? Einmal muss er noch. Ja dann brauche ich nichts holen ne? Nehm einfach mal ein Stück. 28 Narkotikum haben wir noch. Er leckt mich am Arsch. Warte mal was. 28. Wir haben aber nur ein paar Pfeile. Und wenn ich noch Pfeile herstelle. Weil ich nicht weiß wie viel der. Der Penis braucht. Alter. Alter hier ist es wieder so dunkel ne? Das ist richtig scheiße. Wir brauchen da oben echt Licht. So mit Elektronik und so. Ja unbedingt. Generator und dann überall schon mit Laternen ausstatten. Ohhhh. Leck mich ja nicht flüssig. Warte mal an. Lucky Lucky machen können. So was war jetzt? Bist du aufgestanden? So. Ah erstmal hier auch noch ne Lanzerne anmachen. Hallo wie gehts dir da unten? Boah sieht echt wie so ein schönes Ferienausfall hier unten aus. So toll aus. Wenn sie so dunkel wäre ja. So. Haus ist ja noch nicht fertig ne? Ist ja immer noch in den. Ich sehe es gleich schon kommen wenn ich hinten zum. Zum See fliege alter. Da wird es gleich so hell sein ja. Dass ich einfach abgefuckt bin. Wie scheißen hell das Spiel ist. Warum bauen wir eigentlich immer da wo es dunkel ist? Wollte ich ja nicht wissen. Aber wenn wir hier nach unten noch sind. Dann sollte es ja hier auch heller sein. Ja hier kommen ja die Tieren. Hier diese dicken Flieger ne? Ja ja. Boah. Da müssen wir das Licht umleiten. Oh ja ok. Riesenspiegel bauen meinste? Ja klar. Ja ok. So das war Sonnenbrand kriegen weißt du? Uff. Gegrillt. Viel zu Ende. Tschüss Leute. Let's play zu Ende. Let's play zu Ende. Ich bin gegrillt worden. Komm einmal noch gleich steht der auf Alter. Haben wir hier. Warte ich hab ein Problem. Dann können wir ihnen die Einflöße. Auch noch hier 6 Stück. Ja gib ihnen einfach die Beeren. Ähhhh. Hätten wir mal da verbrauchen. Blablablablabla. Blablablabla. Blablabla. Oh reicht. Hehehe. Ach weiter. Kleiner. Ja? Ja weiter. Juhu. Ich sag mal steil. Ich sag mal steil. Du kriegst jetzt plus 99 Level oder so. Oh guck mal. Nehm. Wer nennen wir den denn? Olaf. Eurojet. Eurojet. Das ist gut. Hahaha. Nennen den. Eurojet. Eurofighter. Mach Eurofighter. Euro. Fighter. Hahaha. Feigehört. Hahaha. Finde ich gut. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Finde ich gerade mega gut. Boah scheiße. Alter. Wo geht es denn hier lang? Ah hier geht die Tür auf. Okay. Hör zu. Dann muss es selbst klarkommen. So. Muss ich erstmal hier ins Sattel. Ich geh ins Haus. Alter. Hier ist es so scheiße und dunkel. Wo bin ich? Hier ist das Tor. Hier ist das Tor. Da ist das Tor. Da ist das Tor. Da brennt ein Lichtlein. Einmal Sattel hier abluchsen. Ich muss auch machen. Mach erstmal hier das Lager. Das ist gar nicht das Lagerfeuer. Scheiße. Wo ist denn das Scheiß Lagerfeuer hier? Boah ich kann nicht mit dem Fliegen weil er so schwer ist halt damit ich verarsche. Komm. Komm mal so mit. Mach mal das an dass ich sehe wo vielleicht das Lagerfeuer ist. Scheiße. Wo ist denn das Kack Lagerfeuer? Da ist das Lagerfeuer. Wo ist denn los? Ahhhh. Juhu. Hallo. Jaa. Das ist mit Eurofighter. Na. Wiese. Jaa. Jetzt haben wir es geschafft. Euro Schiss. So. Dann tut er schon. Irgendwann. Es muss noch Tag werden. Da können wir ja nicht mal anfangen. hier jemanden machen. Ich denke, wenn wir wirklich hier Lichter und so haben, dann spielt das wirklich absolut keine Rolle mehr, weißt du? Dann ist das wirklich so scheißegal. So, einmal reiten und einmal hinsetzen. Aber wir müssen uns halt darum kümmern, dass wir die Scheiße haben. Weil die ganzen Metalle farmen und wir müssen noch die ganzen Ja, wie heißt das? Denken es auch noch farmen. Oh, das ist echt. Die Perlen müssen wir dann farmen. Ich habe da eigentlich gar nicht so das Problem mit, weil ich weiß, wo ich hingehen muss. Aber ja. Narkotikum hier wegnehmen. Ich weiß doch gar nicht, bringe ich den dann hierher? Komplett den ganzen Weg. Aber wenn ich ihn doch absetze, fliegt er doch wieder weg, oder nicht? Äh, rennt er doch weg, der Arsch. Das stimmt, glaube ich. Ja, doch. Keine Ahnung, da musst du irgendwie zusehen, dass du halt so hinkriest. Du musst dann halt ein kleines Gehege bauen, ne? Elf Pfeiler habe ich mit. Ich hoffe, dass elf... Wenn, wenn was ist, weiß... Kann ich das dann da bauen, oder was? Ja, das können wir ja später wieder abreißen, das Haus, oder nicht? Das können wir wieder mitnehmen. Oder wieder einpacken. Nein, ich meine das eigentlich so, dass du das Haus... Dass ich den, äh... Hierher bringe, und wir haben hier so ein kleines Haus, wo wir den zähmen können. Aber du meinst auch wegen, dass der wegrennt, dass ich das hier hin... Ja, aber meinst du, dass ich so... Oh, scheiße, ich habe verdorbenes Fleisch gegessen. Nö, gut. Oder aber... Ja, dann brauche ich jetzt hier so ein kleines Ding. Soll ich gerade sagen, meinst du denn, dass ich das nicht hinkriege, dass ich den bis hierher kriege? Setze ich ihn irgendwo am Ding ins Ab, hol mir Ausdauer, und dann hole ich ihn mir wieder, also... Weiß nicht, ob du da kommst. Ja, ob ich das kann, weiß ich auch nicht, aber ich werde es versuchen, also... Der hier hat 610 Ausdauer, was hat unser anderer Adler? Achso, du solltest mir erst mal den Ding ins Bauen, den Sattel. Für den Biber, oder was? Nee, für den... Für den... Für den Klaus. Oh ja, meinst. Alter, hier ist alles voll mit... Werkzeug, ne? Hier sind ohne Ende... Materialien noch drinne. Arm, Brust, Schwert, alles hier drinne. Haben wir alles da? Haben wir alles da? Der hier hat auch 700... Ausdauer. Dann nehmen wir doch den... Ach nee, das... Nicht... Das Fleisch lasse ich da drinne. Die 6 Fleisch, dann hat er ein bisschen Fleisch, weißt du, für unterwegs. Also Werkzeug brauchen wir erst mal nichts bauen. Also, wenn ich noch mehr an diesen Kisten rumaffe, dann... Ja. Äh... Leder... Fasern... Leder... Noch mehr Leder, blub. Mehr Leder... Holz. Sollte eigentlich reichen, was drinne ist, oder? Nee, das Ding ist gegen den Tag herstellen. Weil dann gehe ich nämlich jetzt erstmal gerade in Akutikum-Bärnoff haben. Dass man wirklich genug hat, Jan. Ja. Dann hast du... Lass du droppen, Baby! Ich lass ihn dir droppen, äh... So zerlegen. Danke. Weil du musst ja auch noch ein bisschen, äh... Du brauchst ja auch noch ein bisschen, um die Scheiße fertig zu bauen. Das Gehege und sowas. Ich weiß ja nicht, ob du das da irgendwo einfach hinklatschen willst. Ich will nicht gerade, wohin überhaupt. Kann ich das hier noch in der Ecke irgendwie reinklatschen, hier? Keine Ahnung. Immer dran denken, sodass ich auch gut... Äh... Da reinkomme. Soll ich das hier beim Wasser machen? Wollten wir das Getreide-Dinge hinmachen und so, glaube ich? Ah, wo packen wir das? Ah, endlich hier, Leute! Bam! Bam! Was ist das, haben wir hier irgendwie in der Mitte? Keine Ahnung. 61 Narkotikum-Bären schon. Ja, so muss es sein, Alter. Jetzt war ohne Flach. Muss das laufen hier, ey. Und nicht woanders. Warm, Junge! Wir wissen, dass er nicht der Beste dafür ist, aber es ging jetzt am schnellsten, den zu nehmen, ne? Müssen wir ja auch mal. Ja, sowieso nicht. Richtig. Ja, und wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt schon 113 Narkotikum-Bären, Jan. Ja. Das geht ja auch relativ fix. Ja. Oh, der macht ein Level nacheinander. So, jetzt habe ich 100, 200, 246. Oh, geht doch. Oh, nach Hause. Das ist voll cool, Alter. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass man auf den so geil... Das hat man einfach viel zu wenig. Wenn du nachher diese ganzen anderen Tiere hast, dann ignorierst du einfach diese... Hast du die halt alle nicht mehr da? Ja. Eigentlich traurig, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Oh. Ich werde die mal wieder ausgetauscht. Ersetzt. Ja. So wie Maschinen, wenn man so nimmt. Oh. Oh, scheiße. Ich habe einen Löwen hier oben bei mir. Löwen? Ja, du müsstest mir helfen, komm. Oder soll ich ihn versuchen? Und ein Raptor. Oh, Jan. Ein roter Raptor. So, see. Scheiße. Wie komme ich denn wieder nach Hause? Ich muss hier lang. Oh. Du musst es schnell torzumachen. Fuck, Alter. Das fehlt uns jetzt auch noch. War ja klar, ne? Das war hier so ein Viecher. Ja gut, wir könnten ihn locken. Und dann mit Pfeil und Bogen von hier oben runterschießen, ne? Wenn er hier unten zum Beispiel vorhängt. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt mal da, wo er ist. Wenn er so lange ehrlich angreift. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht verpieselt er sich einfach. Oh. So, dann wollen wir mal ein bisschen Narkotikum herstellen, würde ich sagen. Noah, 60 Stück. Boom. Ja, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, ja. So ein Kreatin können wir da noch rein. Guck mal, Citrine haben wir, Kreatin haben wir. Das Leben gefällt mir. Alles da. Alles für das Überleben. Nochmal welche nachgeschoben. Zack. Nochmal welche nachschieben. Wenn was weggeht, wieder einen herstellen. Es sind noch gar nicht weniger. Wir wollen immer noch 61, die wir herstellen. Immer noch 61. So, 60. So, jetzt habe ich alles, was ich habe, haue ich jetzt durch. So. Ja, was machen wir jetzt mit diesem scheiß roten Raptor? Das ist gerade so ein Punkt, der gefällt mir gar nicht. Scheiße, Jan. Scheiße. Wir sagen aber erst mal vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder, Leute. Und da müssen wir uns vielleicht irgendwas überlegen, was wir mit den Stinkers da hinten machen. Vielleicht verpieseln sie sich ja auch. Aber wir könnten auch Pech haben, dass er von oben runterfällt, ne? Der Wichser. Ja. Jo. Naja, gut. Wir sagen erst mal vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.